Ampel wird grün, wir fahren los. Lock my video. Ampel ist rot. Was krabbelt da denn über die Motorhaube? Lock my video. Mann war das knapp. Hier laufen einige schief. Jetzt kommen noch paar schöne Begegnungen. Die Motorhaube. Die Motorhaube. Die Motorhaube. Lock my video. 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 Das war United Airline 989 aus Washington. Triple 7. Lock my video. Lock my video. aus Vilnius, ein Airbus 320neo. Das war Lufthansa 445 aus Atlanta, unverkennbar ein Airbus 340. Achtet der Video! Zum Schluss noch eine stimmvolle, tiefliegende Sonne, wie die Autofahrer lieben.